Vivi launcht einen kompletten digitalen Comic-Store mit einem unfassbaren Potenzial, auf jeden Fall die Comic-Szene für immer zu verändern. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall einige MCP-Änderungen an, sowie auch zum Beispiel den nächsten Drop von Frank Kosek. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, wir standen direkt rein mit dem wichtigsten Thema des heutigen Tages, beziehungsweise des letzten Tages. Denn Vivi hat eine komplett neue Seite veröffentlicht und zwar nämlich Vivi Comics. Und das wird wohl außerhalb im Prinzip auch von Vivi enorm viele Leute attracten können. Das Ganze natürlich immer noch unter dem Dach von Vivi selbst, ist aber tatsächlich ein eigener Store, den man jetzt sozusagen auf der Webseite auch finden kann. Um euch kurz zu erklären, was hier der Plot Twist ist, denn wir haben hier nämlich tatsächlich die Möglichkeit Comics zu kaufen. Ganz normal, wie auch physisch. Nur hat man hier auch die Möglichkeit, das Comic alleine zu kaufen. Das heißt, ihr bekommt einfach nur ein Comic, was ihr digital lesen könnt, was sie einer eigenen App, die Vivi auch entwickelt hat. Ich werde euch unten den Download-Link für Apple und auch für Google einmal verlinken. Dort könnt ihr dann im Prinzip diese Comics lesen. So, das ist erstmal schön und gut. Aber das sind tatsächlich ganz normale digitale Formate. Der Plot Twist hier, beziehungsweise das Spannende hier jetzt wiederum ist, dass es nämlich eine Limited Edition ist. Und wie der ein oder andere schon vielleicht vermuten kann, ist das natürlich ein NFT. Beziehungsweise ist ein NFT hinterlegt hinter diesem gesamten Comic. Und wir schauen uns das zum Beispiel jetzt einfach mal an, an diesem Beispiel. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das normale Comic einfach zum Lesen für den Autonomalverbraucher zu kaufen. Oder man kauft sich die Limited Edition. Und hier wird es dann nämlich spannend. Denn wenn man die Limited Edition kauft, dann hat man gleichzeitig auch die Möglichkeit, nicht nur die normale Comic-Variante zu bekommen mit dem normalen Cover, sondern auch hier mit neuen Covern. Und das ist extrem, extrem smart. Denn man wird an diese Cover sehr wahrscheinlich gar nicht mehr anders physisch dann irgendwann rankommen, sondern nur noch digital. Das denke ich jedenfalls langfristig. Und das andere Spannende ist tatsächlich auch, dass wir jetzt mittlerweile schon hier auf der App momentan 250 Comics haben, die jetzt released wurden. Davon sind natürlich viele einfach nur ganz normale Comics, die nicht wirklich viel wert sind. Es gibt aber auch einige sehr spannende Comics. In diesem Fall ist für jeden etwas dabei. Für den Sammler, der wirklich auch die Collectibles haben möchte. Und natürlich auch für den normalen Leser, der einfach sich nur diese Comics durchlesen möchte, weil er sie cool findet. Also extrem, extrem krass meiner Meinung nach. Und was man zum Beispiel hier auch noch in der App finden kann, wenn man sich das Ganze hier auf beispielsweise Apple bzw. iOS downloadet, dann findet man hier den Satz Same Day as Print. Das heißt, man wird hier am selben Tag, wo dieser Print physisch stattfindet, diese Comics hier in der Vivi-App haben können und kaufen können. Und das ist wirklich unfassbar cool, dass Marvel und auch Vivi hier so krass kooperieren. Und wer jetzt denkt, okay gut, wir sehen jetzt hier natürlich sehr, sehr viel Marvel. Wir haben jetzt eigentlich hier nur Marvel, sind wir mal ehrlich. Aber das Ganze heißt ja nicht Vivi Marvel Comics oder sowas in der Art, sondern Vivi Comics. Von daher, ich persönlich gehe davon aus, dass das tatsächlich der Start sein wird bei einer komplett neuen Ära von Vivi. Denn das Ganze wird wahrscheinlich nicht nur Marvel Comics irgendwann beinhalten, sondern auch zum Beispiel Manga Comics und viele, viele weitere Bücher. Also das wird extrem, extrem spannend, meiner Meinung nach, in der Geschichte. Außerdem könnten natürlich auch beispielsweise die ganzen physischen Star Wars Comics released werden. Das heißt, das Ganze wird hier sehr wahrscheinlich der digitale Store für Comics der Zukunft. Und das ist meiner Meinung nach extrem heftig. Von daher, lasst uns doch mal schauen, was es denn sonst noch so gibt. Denn momentan gibt es nämlich tatsächlich eine Sperre. Denn gestern Abend war es nur kurzzeitig möglich, wirklich Collectibles beziehungsweise diese Comics auch limitiert zu minden. Ich habe insgesamt 25 bis 30 erwischt. Da musste man aber schon auch sehr, sehr, sehr schnell sein, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe jedenfalls welche erwischt. Jetzt bis 20 Uhr deutscher Zeit ist es nicht möglich, Comics zu kaufen. Außer, das habe ich jetzt in den letzten paar Stunden gehört, wenn ihr die in den Warenkorb schon habt und jetzt tatsächlich noch nicht ausverkauft sind oder noch alle reserviert sind, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, das im Prinzip davor zu kaufen. Ansonsten ab 20 Uhr soll das Ganze jetzt heute Abend wieder am Freitag sozusagen freigeschalten. Dann könnt ihr sozusagen die Comics kaufen, auf die ihr Bock habt. Insgesamt auf jeden Fall wirklich ein äußerst, äußerst krasses Ding, was die hier jetzt gedroppt haben auf der South by Southwest. Und das hat definitiv meine Erwartungen an das ganze Ding übertroffen. Wer übrigens auf Twitter Vibi Comics folgen möchte, ich werde euch unten aber den Link in die Beschreibung packen, dass ihr auf jeden Fall hier ja nicht auf irgendeine Fake-Seite kommt. Das Ganze ist hier Vibi Comics. Und auch Marvel hat das Ganze tatsächlich schon getweetet bzw. retweetet und auch selber nochmal getweetet, dass hier jetzt Vibi und Marvel Comics sozusagen verfügbar sind. Und hier steht sogar, over 300 Comics sind jetzt hier tatsächlich schon verfügbar. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr cool. Immer momentan 88.000 Mal wurde es angezeigt. 500 Likes knapp. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Man findet natürlich auch viele, viele Kommentare, die hier natürlich schreiben, we don't want NFTs,iamo. Aber es ist ja tatsächlich nicht nur für Leute, die im Prinzip das NFT kaufen wollen. Es ist natürlich auch, wie gesagt, die Möglichkeit einfach für Leute da, die einfach nur das Comic so kaufen wollen, digital und einfach dort lesen können. Also ich denke mal, wer sich mit Marvel Unlimited etwas beschäftigt hat, der sieht hier tatsächlich eine große, große Ähnlichkeit. Meine Vermutung ist, dass wir über die nächsten ein bis zwei, vielleicht auch drei Jahre Marvel Unlimited sehen werden, wie sie langsam sozusagen runterfahren und das alles sozusagen auf Vibi transferiert wird und dort im Prinzip, ja, der Marktplatz dann sozusagen sein wird. Ich bin extrem, extrem gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, wie ihr diese ganze Aktion findet und wie ihr insgesamt vielleicht auch dieses Comic-Erlebnis findet. Ich persönlich habe mir auf jeden Fall auch schon die App runtergeladen. Finde ich sehr, sehr cool umgesetzt. Hat natürlich noch ein paar Bugs, aber das ist völlig in Ordnung für den ersten Release. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar nämlich zum MCP, denn hier gab es einen neuen Artikel und es gab hier nochmal einige Anpassungen bei den Ranks. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich in den letzten Tagen schon mitbekommen, dass sein Rank plötzlich verschoben wurde. Das Ganze hängt tatsächlich damit zusammen, dass Vibi das Ganze hier nochmal neu überdacht hat und das nochmal angepasst hat. Wie wir jetzt sehen, wurde hier auch nochmal die Prozentanzahl von aktiven Usern daneben geschrieben. Insgesamt können nur ein Prozent der aktiven User wirklich Master Collector werden, was wirklich interessant ist. Und was auf der anderen Seite übrigens auch interessant ist, natürlich steigt diese Anzahl an Leuten, die unter die ein Prozent fallen, natürlich auch damit, wie viele neue aktive User mit reinkommen. Das heißt, momentan können es vielleicht nur 200 sein, sollte sich aber beispielsweise die Userzahl verdoppeln, können es dann halt plötzlich 400 werden. Und deshalb bin ich da auch total entspannt, was jetzt zum Beispiel meinen Diamond 1 Rang angeht, wo ich eigentlich war. Jetzt bin ich nur noch Diamond 4. Ist natürlich ein bisschen runter. Nichtsdestotrotz kann man sich immer noch unter den richtig, richtig guten Wallets zählen. Und das, finde ich, ist jetzt nicht so das Mega-Ding. Hauptsache, es wurde nichts an den MCP-Punkten geändert. Welche Collectibles wie viele MCP-Punkte bringen, das ist meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste überhaupt, was sie hier hätten nicht ändern dürfen. So finde ich es eigentlich völlig in Ordnung. Schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, von welchem Rank ihr eigentlich runtergestuft wurdet und welcher ihr jetzt seid. Kommen wir zum nächsten Frank-Kozik-Drop. Und dieser wird Labed Enemies sein. Frank-Kozik ist ja leider ein Künstler, der schon vor einem knappen Jahr verstorben ist. Und es kommen jetzt trotzdem doch nochmal Collectibles von ihm. Ich bin extrem happy, dass wir noch was von ihm sehen. Es war ja schon angekündigt worden, dass es jetzt erstmal eine Zeit lang nichts von ihm geben wird. Einfach aufgrund seines Ablebens. Und jetzt sehen wir aber tatsächlich die nächsten Seriouses, was ich sehr, sehr schön finde. Denn es ist wirklich ein fantastischer Künstler gewesen und ist es immer noch. Denn seine Kunst wird hier auch auf Vivi weiterleben. Und das finde ich wirklich großartig. Wir kommen zum Job selbst. Das Ganze wird ja am 17. März um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und tut mir leid übrigens für die letzten paar Drops. Denn ich habe nicht bei allen berechnet, dass wir ja auch die Zeitumstellung in den USA schon hatten. Dementsprechend sind momentan noch alle Drops auf 16 Uhr. Ich glaube bis zum 31. März oder sowas. Ich werde das nochmal kurz einblenden hier, wann eigentlich die Zeitumstellung in Deutschland ist. Auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt müssen wir auf jeden Fall hier uns umstellen, dass die Drops nicht 17 Uhr, sondern um 16 Uhr sind. Kommen wir zum ersten Collectibles. Das Ganze hier erstmal Bell Show als Rare. Alle Collectibles sind hier übrigens animiert. Der Listenpreis hier pro Collectible wird 30 Gems betragen. Die Editionzahl hier 750 Stück. Kommen wir zum nächsten Collectible. Das hier auch wieder animiert. Auch eine Editionzahl von 750 Stück und auch eine Rare. Anschließend kommen wir zum dritten Collectible. Das wird eine Alt-Rare schon sein mit 450 Editions. Anschließend haben wir noch eine weitere Edition mit einer Secret Rare. und diese wird nur 200 Editions haben. Also auch hier sehr, sehr niedrig. Insgesamt den Listenpreis finde ich in Ordnung. Die Editionzahl an dieser Stelle auch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieser Drop performen wird. Ich persönlich werde ihn auch wahrscheinlich nicht mitnehmen, da mich die Collectibles an dieser Stelle nicht so wirklich ansprechen. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den ganzen Drop mitnehmt oder nicht. Kommen wir noch kurz zum Omikos. Der ist nämlich momentan mit roten Zahlen versehen. So wie der gesamte Kryptomarkt. Und das ist natürlich auch nicht anders zu erwarten, wenn der gesamte Markt leidet. Momentan sind wir 7,4% im Minus. Wenn man sich aber auch anschaut, wie zum Beispiel der Bitcoin performt hat, der ist natürlich auch ordentlich runtergerasselt. Und dementsprechend natürlich auch der OMI-Token. Wir befinden uns jetzt hier in einem Bereich, den ich persönlich noch völlig in Ordnung finde. Sollten wir uns hier in diese Level begeben, dann wird es doch etwas anders. Dann könnten wir auf jeden Fall hier noch weitere, tiefere Level sehen. Wo es dann genau hingeht, kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, was eventuell auch in OMI-Announcements in den nächsten Wochen oder auch im April kommen wird. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Aber das auf jeden Fall dazu. Ich bleibe trotzdem weiterhin positiv, solange wir hier nicht dieses Low berechen sollten. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Heute etwas länger, aber hoffentlich informativ genug für euch. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende und bis dahin, euer Käpt'n. Ciao, ciao.